www.austin.de Meech! Miau! Ich bin ja eine Katze! Da drüben war auch noch irgendwas. Ich will aber mit den Ämmer runter. Ich hab auch noch was, kann man jetzt noch mal hoch. Wow. Ist ja gemein, das führt ja zu nichts. Okay, aber das könnte zu was für nichts. Ich bin gar nicht kaputt gegangen, so ein Mist. Ne, das war ja da lang. Da war was? Eigentlich nicht, aber... Da war ja schon wieder klar. Alle Wege führen rum. Ich find's schade, dass die sich nicht aufregen. Nice S. Was haben wir hier? Okay, so wie's aussieht. Haben wir hier noch irgendwo was? Habe ich noch irgendwas übersehen? Nö. Wir müssen mal den mit der Jacke finden. Nein. Nö. 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 A cave I see, I see Ist der hier irgendwo? Nö, will ich nicht Buh, bluh, bluh, bluh Buh, bluh, bluh Buh, bluh Buh, bluh Buh, bluh Buh, bluh Buh, bluh Buh, bluh Buh 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 Geh, 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 Geh. Ganz ehrlich? Nicht? Wo der Typ ist? Ist es der? Ja, ist er doch! Ich war schon klauen. Ich war schon klauen. let's geteilt. Danke, danke! Of course des Minutos! Ja, fertig. Bitte uh... Hmmmm... Kann ich jetzt einfach raus? Okay. Ich glaube, ich muss da rein. Achso, okay. Okay. Oder kommt jetzt... Nee, die bleibt da. Ah, okay. Nee, das sind ja sozusagen nicht mehr gezogen, sondern... Sie drohen. Ich würde sagen, wir müssen über das Wasser... Ja, okay. 1 4 4 5 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 6 6 7 7 8 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 Okay. Okay. Einfach Müll gesichert wie Fort Knox hier. Okay. 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 Muss ich auf so ein Ding rauf? Ah, nee. Okay. 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 Ich hab's immer noch nicht wirklich gecheckt. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich will mir kurz überdicht verschaffen. Okay. Gleich. Erst eine Frage. Kann ich da runter oder wird das Ding auch? Okay, wir warten kurz. Okay. Ist hier dieser Nachtbuch? Das ist doch nicht so. Das ist eine Bar. Ja, doch. Ja. Aber dafür? Ja. 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 Das ist ein Witziger. Da wird die Sack. Was? Nö, kein Bock. Ich will den Nachtguckbind. Wie nett. Die Vergesslichkeit lässt grüßen. Mensch, was war denn der Nachtguckbind nochmal? Hier. 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 Dann müssen wir wo hinten rum? Und wie packt das Spiel gerade ein bisschen so? Und wie packt das Spiel? Was war das denn? Wir müssen glaube ich irgendwie da reinkommen. Gibt aber keine Möglichkeit. Doch. Klar. Saufen. Ja man. Jetzt so richtig einen drauf machen. Geil. Ja ich hab sie jetzt in meinen Händen. Ja ich hab sie. Es ist aber nie. Ja ich hab sie jetzt in meinen Händen. Ja ich hab sie jetzt in meinen Händen. Ja ich hab sie jetzt in meinen Händen. Mach mir mal einen Drink. Oh, hab ich mich erschrocken. Was passiert jetzt? Ich erschrecke mich einfach so aus dem Nichts. Ohne Erinnerung. Du warst Wissenschaftler. Ich glaub nicht, dass du gefeiert hast. Oh, eine Erinnerung fehlt noch. Okay, das finden wir. Ist nur die Erinnerung hier? Okay. 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 So, wir müssen eben irgendwie seine Sachen klauen. Okay. 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 Ah, okay. Verstehe. Weißt du, bin ich so genau, was mir das jetzt hier bringt? Wow. Zack, Java. Das ist Karlsmaß, ja? Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Das ist so... Ich habe einen Puss. Alright. Get out of here. Das war's für heute. So Ach You